Anzapay kann Liegestütze ohne Hände. Wie, hier? Nee. Anzapay kann seinen eigenen Elfmeter halten. Okay, wo ist der Ball? Wo ist das Tor? Anzapay knackt Nappo mit einem Biss. Boah Leute, das ist ganz schön hart. Aber ich mach's. Nur Anzapay ist härter als Nappo. Bist du genauso hart wie Anzapay? Zeig uns, wie du deinen Nappo knackst. Schick uns dein cooles Video und lern Anzapay persönlich kennen. Bah! Bist du genauso hart wie das? Untertitelung des ZDF, 2020